Schließen Sie Ihre Augen und befreien Sie sich von Ihren Gedanken. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Ruhe. Mit jedem Atemzug werden Sie mehr und mehr entspannt. Fühlen Sie die positive Energie, die Ihren Körper durchströmt. Versuchen Sie nun, sich noch mehr zu entspannen. Was soll das, hm? Wollen wir die fesseln ab? Du wolltest uns umbringen lassen. Ach Quatsch. Und das bloß, weil wir aussteigen wollten. Ist doch gar nicht wahr. Auch wahr. Und was ist mit dem Auftragskiller von gestern Abend? Hm? Also, unser Vorschlag. Wir verschwinden komplett von der Bildfläche. Und du lässt uns zur Ruhe. Einverstanden? Nee. Deshalb fesselt Ihr mich? Und bringt mich hier in diese Einhürde? Du wolltest uns kalt machen. Also haben wir einen Deal? Ja klar haben wir einen Deal. Und jetzt mach mir die Fesseln ab. Er war immer der Schwächere. Und du kommst ganz nach deiner Mutter. Ja. 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 Sag mal, woher wusstest Du eigentlich, dass er uns nicht die Birne wegpustet? Vater kann keine Sauerei sehen. Davon wird ihm schlecht. Nö. Ja. Mir. Mir. Oh, ich bin dran, Mann, Mann, Mann. Oh, ich bin dran, Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020